Wie gut ist das Dry Clay von der Marke Statement? Die Verpackung. Maskulin, hochwertig, gut und sogar mit Gravur. Kommen wir zum Grob. Würzig, holzig, frisch und männlich. Die Ingredients. Zwei Drittel sind gut, ein Drittel nicht so gut. Der Claim des Produktes vom Hersteller. Langehaltende, trockene Textur, super starker Halt, extra mattes Finish, formbare Formulierung und das Produkt lässt sich auch noch leicht auswaschen. Puh, ist das das perfekte Produkt? Fragezeichen. Und vor allen Dingen, ist das drin, was draufsteht. Ungestylt vorher. Ein, zwei Drops Arganöl, as usual. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Für ein Dry Clay ist die Konsistenz eher cremig und auch gar nicht so trocken wie eigentlich gedacht. Das Auftragen des Produktes klappt nicht ganz so ideal. Es wird ein bisschen klumpig, aber nach ein bisschen Aufwärmen funktioniert es. Kommen wir zum Styling. Das Styling gefällt mir gut, aber man muss beim Styling sich etwas beeilen, weil das Produkt tatsächlich sehr schnell hart wird. Fein, da kam wieder dazu. Der Vorher-Nachwerf-Vergleich. Super starker Halt steht auf dem Produkt drauf und das ist auch tatsächlich drin. Sehr gut. Mattes Finish mit trockener Textur ist ebenfalls korrekt. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Das Produkt bekommt ihr tatsächlich auch gut aus euren Haaren wieder heraus. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 100ml vom Dry Clay von Statement für 25€, nachdem ihr das bestellt. Und das ist tatsächlich ein faires Preis-Sexus-Verhältnis, denn es ist wirklich ein sehr gutes Produkt. Kann ich das Produkt weiterempfehlen und für wen ist das Produkt geeignet? Ja, ich kann das Produkt weiterempfehlen. Und das Produkt ist vor allen Dingen für Leute mit sehr kurzen bis mittellangen Haaren geeignet, sowie für normale bis dicke Haare. Und ist vor allen Dingen für die Leute geeignet, die auf einem festen, starken Hals stehen, die eine matte, trockene Textur haben wollen und auf einen maskulinen Duft setzen. Das ist mal ein Statement. Totale Punktzahl. Das Dry Clay von Statement bekommt 41,5 von 50 möglichen Punkten. Link zum Produkt wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haaren stylen.